Bevor es jetzt losgeht, checkt gerne meinen Partner ab, aowab.com, Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Rocket League Items, Chests und Keys kaufen und auch verkaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyArt spart ihr dabei noch satze 3%. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, willkommen zurück bei Rocket League. Dalu, Dom und Basti sind alle wieder mit dabei. Und wir wählen die Teams in 3, 2, 1, jetzt. So, Dom. So, Basti. So, Dalu. Dann zeig mal. Fahr mal du. Dann zeig du doch mal her. Ja, oh Gott. Ja, den hat er. Den leider auch. Aua, aber hast du noch alles gut. So. Jawohl. Sinn. Nein. Nein. Er fälscht ihn ab. Hast du? Alles gut. Schön. Oh, der ist böse. Ach, Basti. Wieso macht ihr eigentlich alle solche Boots, wenn ich nicht mit euch spiele? Lass mal jetzt ziemlich hoch gewinnen, damit Yannick denkt, er sieht an ihn, okay? An ihn an ihm. In etwa so, ja. Da, du, spiel mit. Oh, das ist wieder ein Eigentor. Aber Yannick ist schuld. Yannick, jetzt beweglich, aber deiner. Spiel doch da. Scamers Stars. Oh. Ich bin nicht da. Oh, ausgedribbelt. Jetzt rammt er. Da hat der Schiri eingegriffen, ja. Das dritte Mal wollte er sich nicht verarschen lassen. Jetzt fahr du mal nach hinten, sonst wird es knapp, ja. Ich bin doch fast da. Mittler. Ey. Oh, ne, warte. Was hast du noch? Ne, lass doch mal den Ball. Alles gut, oder? Aua. Schönes Ding. Bin sofort wieder da. Okay, wie kommt der? Ey, sag mal, Dom. Schön. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, ja, ja. Richtige Richtung, Basti. Komm, schieß doch mal nach. Ne, ne. Das war ein Eigentor. Ich war nicht. Doch, das ist dein Schuss. Ich war nicht dran. Ich, hier. Pass auf. Da war Dardo zuletzt dran. Und, Achtung. Das war nicht, der ist heute sogar blau. Das ist dein Ball gewesen. Ja, Janik hat mich drauf geschubst. Ich habe mich sogar hinterher geschubst, dass du ihn doch fangen kannst. Finde ich nicht nett. Einfach, Janik, da rein. Einfach rein. Pass, 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 pass. Ah. Shit. Ich bin mit, Sir. Leider kein Boost. Ich habe dich nicht mal zerstört, Dom. Ja, unglaublich. Deiner. Ja gut, man muss sagen, ich wollte es eigentlich, aber es hat nicht funktioniert irgendwie. Deiner. Nein, nicht meiner. Bö. Nein, nein. Ich gehe gar nicht hinterher. Mach. Ich war schon am Torjubel. Ja, aber du auch da. Ja, ich setze mich da noch durch. Ja, im Ende gegen mich selbst. Ich hätte den fast geklärt gehabt. Ich hätte den auf jeden Fall geklärt. Könnt ihr kurz warten? Ich sehe nichts. Ich habe Tränen in den Augen. Oh Gott. Jetzt. Das wäre gut. Verdammt. Jetzt darfst du. Ja, geht nicht ganz aus dem Winkel. Hast du? Nee, den kriege ich nicht. Nee, ich trau mich gerade nicht raus, weil ich nicht weiß, was für... Ja, der kommt gut zurück zu uns. Doch nicht so. Doch. Der, der da an dem Winkel. Schön. Let's den. Schön Vorlage, von mir war immer der Tag. Gut doch. Das wird schwer, ey. Okay. Alles gut, alles gut. Nein, nichts gut. So. Ich dachte, da kommst du schon. Deswegen bin ich gar nicht hingegangen. Ich war schon ganz irritiert, warum keiner von euch drangeht. Ich wollte hier halt Bastille lassen, und ich hätte ihn nur hinten spielen können. Das wäre blöd gewesen. Ja. Ja. Oh, nee. Oh. 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 Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Nein. Gut. Da wäre er nicht weg gewesen. Mist. Come on. Okay. Das war zwar etwas komisch da, du, aber... Ja. Tada. Surprise. Bier da hinten abgeprallt ist. Hier. Zack. Geht doch. Es. Es. Pets. Nein. Alles gut. Gönn dir deine Zeit, die du brauchst. Kannst du ihn rausspielen? Den? Ja. Ah. Das war schwierig. Oh. Mit dem Hacke noch am Ende. Das Hackentor, der Rückwärtsgang steht ja da oben. Hier, schön nochmal nachgeflogen. Oh. Oh. Ding. Reingeroschen. Schön, schön. Oh. Wie alle da rein vorbei fielen. Sehr gut. Sehr gut. Das ist, äh, ja. Hey. Ich stand auf einmal so. So. Oh. So lächerlich. Also heute sind viele Tore gefallen. War nur nie knapp. Oh. Zu tief. Boah. Sehr gut. Was macht der? Ne, ne, ne. Da, du. Ist meiner. Ich hatte gedacht, Dom kommt noch. So. Ich wollte wirklich da sitzen. Alter. Ich bin einfach stehengewegen. Ich hab keinen Bock mehr drauf für die Scheiße. Ja. Alles gut, Dom. Ja, alles gut. Ich sag ja gar nichts. Ja, auch heute oft genug hoch verloren. Jetzt hab ich auch einmal hochgewinnt. Oh, da ist noch einer. Da geht noch einer. Oh. Oh. Wäre, wäre es doch immer dumm gewesen. Ja, klar. Dann hätten wir doch ganz anders gespielt, wenn noch Zeit gewesen wäre. Ah. Soll jetzt spielen. Richtig, richtig. Unfassbar. Unfassbar weiter. Okay, da ist jetzt die Orange. Ein drittes Mal. Ein drittes Mal. Ja, ich will jetzt auch nochmal gewinnen. Aber ich darf jetzt. Okay, alles gut. Alles gut. Doch, du darfst Tore schießen. Das ist okay. Das ist vor allem auch die große Map. Das ist halt nochmal so eine andere. Andere Geschüsse jetzt. Na, die Map ist echt riesig. Brauchst du den Boost-Story? Die MMO-Map. Oh, das ist eine Vorlage. Das ist eine Vorlage. Zu stark. Nein! Damit können wir arbeiten. Können wir damit arbeiten? Warte, den. Okay. Dann im Buch. Oh, Alter. Ich seh den Ball gar nicht. Ich hab die Weitsicht nicht so hoch. Nein! Aha. Die deutsche Nationalmannschaft wieder am Ball da. Was ist das? Oh, Basti. Ja, doch. Oh, ich bin gut. Nein, ich komm nicht dran. Ah! Ich aber. Nee. Ist das die Map kacke? Ja, irgendwie, gell? Geht immer bergab zum Tor. Ist doch einfacher dann. Oh, oh nee, komm. Ja? Hätte ich den geschossen, wäre der viel zu schnell gewesen. Nein! Nein! Aber dann. Nein, nein, nein. Nein! Warum spiele ich mit den Leuten zusammen die Eigentüren machen? Was ist denn da los? Da konnte er doch gar nichts für. Nein, gar nicht. Na, guck doch mal hier. Voller Biss. Nein, nein. Nein. Ich wollte zurückspringen. Ich verliere die ganze Zeit. Da war ich. Deiner, 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 deiner. Ich kann nicht mehr. Wir haben eine Chance, Basti ist gerade ausgenommen. Aber nicht, wenn das nur ein Anschluss ist. Was ist das denn? Nein. Oh, oh. Das war so geil. Immer, immer eine Frau. Achtung, Basti, jetzt wird es schwer. Das geht gar nicht mehr. Jetzt macht er ernst. Ich weiß, nein. Das war so schön. Basti. Ich bin da. Und dann diese Vorlage wieder. Basti ist weg. Ja, ist es so. Ja, guck mal Basti, was ein schöner Schuss. Der Torwart hatte keine Chance. Da, Basti ist Torschuss. Ja, guck mal Dom. Er macht sich bereit. Das ist eigentlich mein Job. Alter, ich... Ich werde dir verrückt. Los, Basti, dann geht noch weg. Es hat viele Folgen gedauert, dass du verrückt bist bei uns. Ja. Das Tor von Yannick, Alter. Oh Gott, war das geil. Und wir stehen uns wieder selber im Weg rum. Oh Gott, jetzt habe ich mich geholen. Jetzt kann ich wieder mitspielen. Alter. Hä, steht 2-0? Ja, du hast jetzt am Motor noch geschossen, weil so krass war es. Äh, echt? Ja. Guck mal, der wollte Dom raffen. Komm. Oh nein. Ach komm. Los springen! Alles blöd. Soll er nicht mehr reingehen? Naja, ne, ne. Das klappt dann wieder nicht. Oh, er schiebt mich rein! Ey! Okay, eins zu zwei nur noch. Mach ihn geil. Mach ihn jetzt richtig geil. Okay. Okay. Ja, okay. Der war nicht schlecht, aber er war die falsche Seite. Ist okay. Au. Braucht noch einen Moment. Der ist weg. Oh! 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 Wir springen wieder beide daran vorbei. Oh! Lächerlich halt auch! Oh! Keine Gnade dahinten. Also erstmal, dass wir beide drauf springen, ist ne doof Idee. Ja, das ist schon doof. Das ist schon ne Kunst. Boah, das... Oh, Mann, ey. Ich ärgere mich über mich selber einfach so gerade. Das war ein zu weiter Wendekreis. Was? Aber... Da hab ich mir ja keine Sorgen. Da sollst du mich verkacken. Basti... Hat den! Da passiert gar nix! Nein! Ne! Ja, ja. Komm, 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 komm! Mach ihn! Mach ihn! Janik! Ey! Jetzt, Basti, komm raus! Alles gut! Hat er dich? Nein! Oh nein! Danke, Dom! Ja, ich stand da im Weg. Tut mir leid. Wieder im Weg. Oh, schon wieder! Basti? Die neue Taktik von denen gefällt mir nicht. Der springt gut ab. Weil das so unberechenbar ist. Ja, für uns selbst auch, falls dich's tröstet. Nein! Komm, spiel ihn zu mir! Hier siehst du mich da! Nein! Ja, es ist schwierig. Ich hab so einen links, einen rechts von mir. Och Gott. Ah! Hast du dich noch mal? Ah! Nein! Schaut nicht hin. Oh, sorry. Ja, ist gut. Hast du? Ja. Hat er wirklich? Oh, fuck! Das war bitter! Rechts ist da, du Vorsicht! Der gibt doch rüber! Ach du Scheiße! Ah! Und da kommt der Konterball! Ne, ne, das sehe ich nicht so. Okay. Da waren sie schon wieder beide dran. Ja, ne, ich wollte die nur genommen, wenn Dom nicht rangegangen wäre. Na ja, alles gut. Was ist das für uns? Was die, ein Traum! Oh, ne, eu, eu, eu! Ein Traum! Oh, er hält ihn! Oh, er hält ihn! Oh, er hält ihn! Oh, er hält ihn! Unabsichtig, erhält! Was seid? Unabsichtig, ja. Komm, eins noch. So viel Glück muss man erstmal haben da. Schön gerade nach vorne dann. Ja, 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 das war kein Problem. Das ist ein Problem. Geil. Okay tschüss. Oh noi. Das ist ein schöner Schuss. Kann man nachjoymen? Nee, also geht nicht bei Dingens. Komm was du du fährst. Jetzt zweistellig. Einfach nicht mein Tag. Denk ich mir so kommt. Kannst du sein lassen. Ja nicht schlecht Yannick, nicht schlecht. War knapp. Geht Dalu. Ja lass Yannick noch mal. Nein. Ja ja. Oh oh. Das ist ein Problem. Nee Dalu. Ich hoffe du hast einen Boost. Ja aber trotzdem. Wie er da hinter mir hängt einfach. Oh jetzt habe ich hier den DC. Der Boost ausgegangen war richtig gefressen. Ja alles connect. Harte. Abschließende Runde. Aber ich liebe meinen Internetenergie. Schieß kein Tor. Schieß kein Tor. Lass die Zeit ablaufen. Ja. Ah jetzt. Nein. Hüße geht raus an Human Tegedia. Basti wir waren unschlagbar heute. Danke schon. Wir haben alles gewonnen. Wir haben alles gewonnen. Also wir zwei. Wir zwei zusammen. Ja. Ich weiß gar nicht. Habe ich einmal verloren? Nee. Ich muss leider gewonnen heute. Ja tatsächlich. Gut. Das war's auf jeden Fall. Wenn es euch gefreut hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sure einpress ich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.